ja meine freunde also herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar es ist vollbracht ihr seht hier ihr könnt es relativ gut lesen dieses konto wurde gekündigt da es gegen die youtube nutzungsbedingungen verstoßen hat ich weiß nicht was der junge herr alles sonst noch angestellt hat aber ich denke hat direkt drei strikes kassiert ich habe keine ahnung ja king oli hatte einen neuen kanal und wurde auch wieder gelöscht wie seine anderen alten kanäle alle ja nach dem musikvideo sowieso direkt ab 18 gesperrt wurde meinung meiner nach klar gerechtfertigt ja also hat doch youtube mal was sinnvolles getan der junge war zurück und der junge schnell weg als er gucken konnte ich denke dass doch eine sehr gute nachricht um vier uhr morgens ja wie gesagt ich kann schlafen alle anderen müssen ja ein paar stunden aufstehen und arbeiten gehen wie gesagt das internet wurde wieder befreit das internet wurde bereinigt das internet wurde bereichert youtube hat mal wieder was gutes getan und in diesem sinne freunde haut rein folgen auf instagram und dann sehen wir uns im nächsten video